Speziell für die Klammsporter ab Mitte April MMA Grundkurs in der Flying Arts Akademie seid ihr dabei. Wir sind drei Trainer für das MMA, den zuständig, der Markus, der Philipp und meine Wenigkeit, der Raimund. Was bieten die im MMA Grundkurs? Natürlich werden Handtechniken, Beintechniken gelernt, wie man richtig auf den Boden geht, wie man richtig shootet, wie man die Deckdowns richtig macht, wie man sich am Boden auch verteidigt. Natürlich werden wir auch am Cageball arbeiten, das kommt auch bei euch im Grundkurs zu.